Heute findet eine Hangbefahrung statt. Die alpinen Bewerbe der Special Olympics werden ja nach den FIS-Regeln durchgeführt, also wie ein Weltcup-Rennen. Und auch bei einem Weltcup-Rennen haben die Läufer und Athleten die Möglichkeit, den Hang kennenzulernen. Und das ist immer eine freie Hangbefahrung und die findet heute von eins bis vier Uhr am Nachmittag statt. Heute haben wir Training und morgen ist dann auch wieder Training und dann Stangerl. Also da üben wir dann Stangerl fahren und dann geht's am Montag los mit die Wecke. Die Jungs und Mädels, die sind super Hits, die sind echt und super schnell. Wir haben eine rennfertige Bieste seit gestern. Die hat der technische Delegierte, der Chef bei uns aus Colorado abgenommen. Wir könnten also, wir hätten heute schon ein Rennen fahren. Mal sehen wir hier!